Ich stehe da wieder übel zu Bob und keine Ahnung. Das war das absolut Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ja man, sowas hatten wir auch noch nie. Fram, wir hatten zusammen 19 Kills. Ich hatte auch noch einen. Wir hatten auch schon mal einen, der so gespielt hat und der hat uns so getötet. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, als ich die Falle platziert habe. Und auch, dass du noch überlebt hast mit uns war Lucky. Ja, ich habe mich extra ein bisschen bedeckt gehalten. Ich wollte eigentlich noch so ganz ehrenhaft im Sturm sterben. Ich wollte aber nicht, dass du dich selber trittest. Darum bin ich runtergesprungen. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe noch Minis, Silas. Ich habe das Glück, dass ich dich beim zweiten Sniper nicht getroffen habe. Ja, ich dachte, ja, dass ich... Das Ding ist, mein Kollege war schon tot und ich dachte, ja komm, bring mich um. Und dann habe ich noch ein Smiley gemacht und das hat dann ja mich irgendwie gerettet. Ja, ich dachte, nein. Na gut, nein. Minis hier noch, also ich nehme auch noch ein. Hier, oh shit. Hier liegen noch mal Minis, noch mal Minis. Schatzkraft kann die jemand noch nehmen. Ja, sonst ich kann auch noch hier die Minis nehmen, ich habe noch einen. Achso, ich habe auch 6 dabei, ich kann dir auch gar nicht mitnehmen. Aber ich kann hier bleiben, meine ich. Hast du Schatz dahinten? Ja, ja, da ist, nee. Egal. Wir können uns wegschießen mit der Kanone. Du kannst uns einsteigen, dann schieß dich da hinten, wenn die Kiste dahinten ist. Wie viele Minis kann man eigentlich maximal nehmen? Sechs. Soll ich hier warten oder nachkommen? Nee, dann kannst du nachkommen. Okay. Scheiße, wir müssen gleich wieder in die Safe-Zone. Und dann kannst du da bleiben, ich komme wieder zurück, ich komme wieder zurück. Okay. Das strakt scheißlau gefühlt. Er möchte eine goldene Ska haben. Eine übrig. Ist eine übrig? Ja. Wie hier, ja. Oh, wie ist es einfach. Brauchst du keine goldene Ska oder so? Lass uns. Das war ja mal angeklärt. Aber wohin denn? Oh, was ist passiert? Kommt die wieder her? Ja. Ja. Okay. Na ja, ich höre ich. Ich fliege absolut zu weit. Ich auch. Äh, oben sind, äh, oben kommen welche? Hä? Wo sind die? Besten, ja, man. Sonst können wir auch ins Haus campen gehen, damit wir noch einen easy win hier holen. Okay. Das wäre natürlich schmackhaft. Lol, Bananen, what the fuck? Du kannst dich auch nehmen, medium. Hä? Was kann man? Ah, okay. Habt ihr noch einen großen Schildrank? Äh, nee, leider nicht. Aber ne, vielleicht bringen die Bananen was. Ne, die geben nur, äh, normales. Ja. Ich habe einen Saufkrug, aber ich weiß nicht. Ne, jetzt nicht. Und hier ist aber noch nicht mal geloogt, vielleicht hat's noch was. Ja. Ich hab'n großen Schildrank. Nice. Okay. Ach so, hier liegt noch umgekehrt. Wir müssen langsam wieder die Safes angekommen. Bei S ist gerade jemand gelandet. Und wir könnten theoretisch in den Vulkan rein campen. In einer White Dome. Ah, okay. Wollen wir mich? Und dann auf den Vulkan hoch? Ja, genau. Und dann sind wir nachher ganz oben. Too slow. Oh mein Gott, ich hasse das. Aimbot Axe. Ist auch da? Ja, moin. Alter. Die kommen noch mehr? Ja, warte, ich komme. Harte. Wir müssen auch heute fliegen, muss das Jumplett. Oh, das ist hier. Die sind hier unten. Hier unten ist ein vierer Team. Ja, ich bin noch relativ weit oben. Hm? Ich bin noch weiter. Oh, da sind noch mehr. Da mischen sich die anderen noch ein. Bei mir ist noch ein Team. Warte, komm her, komm her. Nee. Jetzt f*** das andere Team ab. Oh, loi. Warte, ich probiere es. Wir können hinter dir riften. Wir können wegriften. Ja. Kommt her, kommt her. Oh, scheiße. Ich muss das benutzen wegen der Safe Song. Ja, mach. Ich gehe hinter die. Unten. Jonas, unten. Unten? Ja. Ich muss kurz trinken. Lass einfach hochgehen, lass einfach hochgehen. Lass einfach hochgehen. Das trifft ja unten nicht. Oh, die fallen. Nein. Ach, von ganz oben runter. Dann ganz oben. Lebst du noch? Äh, warte, ich komme. Ja. Ja, okay, ich bin tot. Habe einen noch down. Das ist der letzte. Äh, ne, der zweitletzte. Nein, ist der letzte. Ah doch, stimmt, der letzte. Warte, soll ich kommen? Ah ja, da ist er. GG. Ich habe wieder mal nichts geleistet. Ich bin, ich bin gegessen gegangen. Volle Taschen, volle Tüten, volles Magazin. Ich geb Powerbra so wie Batterien. Hol die Schnappe her, ich klei was zu ziehen. Makaroffe scharf und am Trikot von Turin. Viele Rapper bin ich echte, viele Weiche.